Herzlich Willkommen zum Braunschweiger Weihnachtsmarkt. Er wurde gerade eröffnet, alle Lichter sind zum Leuchten gebracht worden. Ein schöner Frieden zum Weihnachtsmarkt wünsche ich an. Endlich ist sie da, die Zeit der Hoffnung, die Zeit der Vorfreude. Lassen Sie sich verzaubern und entdecken Sie. 137 tolle Stände hier, 12 neue Stände. Nicht zu Unrecht ist der Braunschweiger Weihnachtsmarkt wieder zu den 10 schönsten Weihnachtsmärkten in Deutschland gewählt worden. T-Online spricht vom schönsten Weihnachtsmarkt in Norddeutschland. Kommt alle zahlreich hier, genießt die Weihnachtszeit, macht euch auch ein bisschen Gedanken darüber, was Weihnachten bedeutet für jeden Einzelnen und lasst uns gemeinsam in diesem Advent feiern. Ich wünsche allen eine besinnliche Adventszeit und kommt zum Braunschweiger Weihnachtsmarkt. auf dem Weg. P-N-D-C-T-A-N-N-A. Auf jeden Fall, P-N-D-C-T,